Was ist venöse Insuffizienz? Die venöse Insuffizienz ist eine medizinische Erkrankung, bei der die Venen das Blut von den unteren Extremitäten, insbesondere den Beinen, nicht ordnungsgemäß in das Herz zurück transportieren können. Am häufigsten ist diese Bedingung auf eine falsche Zirkulation in den Venen zurückzuführen. Wenn eine Person eine Veneninsuffizienz aufweist, wird der normale Blutfluss durch die Venen durch ein Ventilleck oder eine Blockade in der Vene eingeschränkt. Wenn das Blut gestaut wird, kann es zu einer Ansammlung kommen. Dies kann Schmerzen und Schwellungen in den Beinen und oft auch in den Füssen verursachen. Die venöse Insuffizienz wird häufig durch bestimmte Venenbedingungen verursacht. In den Venen befinden sich Klappen, die den Blutfluss steuern. Die Klappen bewegen das Blut hauptsächlich in die richtige Richtung, vorwärts und auf das Herz zu. Manchmal kommt es zu einer venösen Insuffizienz, wenn die Klappen beschädigt werden und der normale Blutfluss beeinträchtigt wird. Zusätzlich können Krampfadern und Blutgerinnsel oder tiefe Venenthrombosen diese Art von Insuffizienz verursachen. Krampfadern sind große, verdrehte Venen, die häufig in den Beinen vorkommen. Sie erscheinen normalerweise in der Nähe der Hautoberfläche. Wenn sich Blut in Venen sammelt, kann es zu Schwellungen und Krampfadern kommen. Eine zweite häufige Ursache für eine venöse Insuffizienz ist die tiefe Venenthrombose. Dies sind Blutgerinnsel, die sich in tiefen Venen bilden. Das größte Symptom einer venösen Insuffizienz können Beinschmerzen sein. Die Schmerzen können von dumpfen Schmerzen bis hin zu extremen Beschwerden variieren. Langes Stehen kann den Schmerz verstärken. Infolge der Blutansammlung in den Beinen können sie fest und geschwollen werden. Eine Person kann auch Beinkrämpfe und Kribbeln im Bein erleben. Eine Person kann auch Hautveränderungen an den Beinen oder Knöcheln erfahren. Die Person kann juckende Haut bekommen und es kann in bestimmten Bereichen verdickt werden. Oft kann sich die Haut verfärben. Viele Menschen mit Veneninsuffizienz haben eine starke Rötung der Haut. Wenn eine Person Krampfadern bekommt, können die vergrößerten Venen mit bloßem Auge sehr auffällig sein. Ärzte werden im Allgemeinen versuchen, die beunruhigendsten Symptome bei einer Person mit venöser Insuffizienz zu behandeln. Schmerzmittel können verschrieben werden, wenn Schmerzen die größte Komplikation sind. Wenn bei einer Person eine starke Schwellung in den Beinen auftritt, können Kompressionsstrümpfe zum Tragen getragen werden. Diese werden verwendet, um den Blutfluss durch Druck auf die Beine zu erhöhen. In einigen Fällen kann eine Operation angezeigt sein, bei der bestimmte Venen entfernt werden müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017